Alleine wie er schnarcht. Achtung Bürger von London, dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Nordregenten. Hier spricht der Nordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Nordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus bewirkt wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wieder herzustellen. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. So, wo ist denn das nächste? Eine Rune gibt es dort noch und ansonsten gar nichts mehr. Das ist doch angenehm. Ah, da ist eine weiße Ratte. Jetzt habe ich natürlich auch noch vergessen, wie man zoomt. Die ist allerdings sogar noch hinter der Lichtwand. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das ist auch günstig. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Heute ist es lustig. so was ne alter wie viel schluckt er denn bitte scheiße das ist ja mal wieder richtig super gelaufen so jetzt muss ich mal gucken wo 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 ok 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 wie kommt da jetzt einer hin oder wer ist das so ich findet ihr nie auch wenn ich schon wieder ganz anständig aufs maul bekommen hat kann ich da nicht hoch so kann ich nicht hoch da nein verdammt ich vergesse das immer mit abbrechen so jetzt mal kurz gucken da alter schwede drahtseilakt hier tja und schon sind wir drüber weg da ist eine rune ganz auch verdammt alter ich finde das so geil mal schauen so komme ich da aufs dach dann kann erst mal darüber wenn es geht okay um herauszufinden wie ich einen falken angriff lasse dich von oben auf einen gegner herabfallen und drücke linke maustasse und ich erledige und ich erleide keinen schaden weg mit dir hopp hopp dann halt so ich will nicht immer mana flaschen verbrauchen deswegen jetzt habe ich zeit jetzt kann ich auch einfach warten bis sich das da wieder regeneriert hat so wo war die rune noch gleich da drin okay brechen wir das doch noch mal ab so wird nach einem herumtreiber aus erst mal das okay da ist einer da ist einer unter mir sind keine bam ausgetrickst konfiszierte rune corporal meadows wir haben diese seltsame rune bei einer frau gefunden die auf der straße gebäck verkauft hat wir wissen nicht wie sie gestorben ist aber weil uns die sache komisch vorkommen haben wir sie auf für die aufseher beiseite gelegt wenn ihre schicht vorbei ist dann bringen sie sie zu den aufsehern sie können sie dann zerstören oder damit machen was sie wollen vergessen sie es nicht tja daraus wird wohl nichts wer hat mich gesehen ich erinnere mich nicht mal an die kaiserin wir haben aufgeräumt die straße gehört uns weiter ich glaube so kann man sie dann nicht bestehlen wenn sie so k.o. sind und wie sie sich gegenseitig killen ab beobachten wir sie doch einfach mal ok zack so beute nehmen beute nehmen stadtwache gesundheiterelexier mana elixier sehr schön sehr schön sehr schön äh she was a winch so jetzt muss ich nur noch zu sehen da ist einer die zwei aber so muss auch gewann also So, noch ein bisschen gepökeltes Hexenfleisch hier, dann haben wir den erledigt, jetzt muss ich nur zusehen, dass ich wieder nach oben komme, weil ich denke mal, drüber ist besser als durch, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten, ich sehe hier aber auch keine Gegner mehr, habe ich die etwa alle erledigt? Kabelwerkzeug, deaktiviere Sicherheitsvorrichtungen oder manipuliere sie so, dass sie dir nichts mehr anhaben können, geil, indem du mit dem Kabelwerkzeug den jeweiligen Schaltkreis bearbeitest, dadurch wird das Kabelwerkzeug verbraucht, manipuliere Lichtwände, Blitzpfeiler und Wachtürme wirken gegen deine Gegner statt gegen dich, während manipulierte Alarme vollständig deaktiviert sind, geil, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Könnte ich ja theoretisch Ich liebe das Teleportieren jetzt schon So, wie wende ich das denn darauf an überhaupt? Nein, das wollte ich nicht, ich wollte das haben, Kräfte, ach ja, ich habe ja zwei Runen, habe ich, Zeit verlangsamt wäre natürlich auch awesome, ne, oder? Flugdurst Schattengriff, ja, ach man, da sind so viele geile Sachen, Nachtsicht auf Stufe 2 könnte ich auch schon machen Macht selbst verurte Geräusche sichtbar, macht auch netziger, ach man, da weiß ich jetzt nicht, das wäre natürlich cool, so Zeit verlangsamen zu können, allerdings ist es auch so besser klettern, äh, weniger, weniger Fallschaden und besser springen Und auf Stufe 2 dann, äh, gesamte Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich schneller sein Schattenangriff ist natürlich auch cool, Blutdurst Joa, gut, kann ich jetzt noch nichts mit anfangen, müsste ich dann mal gucken Ich hätte eigentlich Bock hier drauf, Schattenangriff Ja, oder Zeit verlangsamen Ich bewahre die Runden nochmal auf und kaufe mir später was So mache ich das Inventar, wir haben jetzt hier Kabelwerkzeug Warte mal, wie war das? Ups Erlaubt es dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme wird beim Einsatz verbraucht Ja, und wie? Hätte ich wahrscheinlich da machen müssen oder so Na egal Jetzt ist es zu spät dafür Laufen wir mal weiter Sind ja schon durch die Lichtbarriere durch Und müssen dann nur noch hier durch Und dann würde ich mal sagen, ab zum Holger Square Wir haben hier alle Runen Haben wir doch Ja Wir haben hier alles erledigt, daher würde ich sagen, ab zum Holger Square Klingt ein bisschen komisch Aber Büro des Oberaufsehers Speicher möglichst oft Ja, das ist immer ein guter Tipp Oberaufseher Campbell Oberaufseher Campbell ist der Kopf der militanten religiösen Fraktion Das hatte ich ja schon vorgelesen Da ist ne Runde, da ist ne Runde Zwei Runden gibt es hier Ja Ja Nice Zack Den haben wir einfach mal gekillt Beute nehmen Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen Und ich kann helfen Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink Einem großen Nichts Ich spendiere Ihnen 100 Drinks Okay Wie dat Schalter Sehr schön Cool Haben wir ihn befreit Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen Vielen Dank, Corvo Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig Wir müssen Emily finden Und Campbell töten Und zwar schnell Wenn er tot ist Durchsuchen Sie ihn nach seinem Berüchtigten schwarzen Tagebuch Und dann verschwinden Sie Campbell trifft sich mit einer Wache namens Körnau Die er meinen Informationen zufolge vergiften will Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen Ich kann hier nichts mehr ausrichten Also werde ich mich zum Hound pitten Trägt das schwarze Buch jederzeit bei sich